Shotgun Muni hab ich immer nur noch einen Schuss. Ich warte mal lieber ein bisschen. Ähm, hier links vom Tresen liegt ne Leiche. Hier, hier drüben. Da drüben hab ich grad abgeknallt, der kam grad um die Ecke. Kannst, kannst du mal weggehen? Ich will die Personal-ID. Achso. Da hinten ist doch irgendwo einer. Da ist er. Okay, ist weg. Ne, der lebt noch. Nein. Ne, ich hab ihn. Wollen wir uns auch im Laden umschauen? Ah, da sammelt Muni von alleine auf, oder wie? Ja. Cool. Er will noch nicht weitergehen. Wollen wir noch ein bisschen im Laden rumstöbern? Ne, da war ja nix mehr. Ne Eicklaufstür. Doch, da war es auch viel. Allein hier liegt noch Muni, ne Person... äh, ne Pistol-Ammo. Achso. Da liegt noch 91 Geld. Die ganzen Kassen durchsuchen. Durchsuchen wir die Kassen. Die ist empty. Ist da drüben noch ne Kasse? Wo ist die Kasse? Die 210? Ich hatte ja Marlboro. Das ist weit vor. Sehst du, ich hab grad ne Kasse durchsuchen. Da waren 900 Dollar drin. Was gibt's hier noch Feines? Hui, Bälle-Paradies! Erstmal Planschen gehen! Hui! Alter, er kann nicht mehr. Okay, ich geh weiter. Lol. What the fuck? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, das ist ein Großbild-Fernseher. Die nehm ich mit nach Hause. Schauen wir mal, was heute so läuft. Langweilig. Ich geh nicht mal kaputt. Deutscher Fernseher! Oh, dieser Pieptoon. Das ist der geheime Geheimsender. Party-Crasher. Medium Medikit. Sind da wieder Zombies? Ja. Hier ist ein Infekt auf dem Tisch. Ein In-Fekt? Hast du ein Ding? Ein Fakt? Alter. Du hast das erste rausgenommen. Alter, wie du das nicht mal checkst. Ich hab schon lange keinen Fakt mehr gefunden. Hier für dich 178 Dollar... 187 Dollar. Aber ich glaub du lootest ja schon deine Zombies zu dir hier. Ich wollte doch nicht die da nehmen. Ich wollte den Computer da ausnehmen. Oh, wir sind hier. Oh, ein Snack. Flexibles... Kabel. Wo war das Geld? Da drin. Da! Ja! Danke! Kannst du es da oben öffnen? Nee. Was hab ich denn billiges? Was hab ich denn billiges? Warte mal. Ich kann es nämlich öffnen. Warte, ich... 14 von 40. Ich bin voll. Hm. Ah, okay. Ah, so ein... Oh mein Gott. So ein Dicker ist wieder hier. So ein Irrer. Warte. Also die Pistole kann ich wegschmeißen. So. Ich schau mal was da drin ist. Ähm... Dependable Military Machete. Wo? Ja, in dem Ding, was ich da... Ich hab grad extra meine Waffe weggeschmissen. Alter, geil. Schau die mal an. Uh, die ist geriffelt am oberen Ende. Geriffelt. Geil. Die muss ich jetzt mal ausprobieren. Hier ist ein Dicker zum ausprobieren. Ein Dicker? Ich seh den gar nicht. Fuck, ich seh den gar nicht. So, jetzt fick ihn. Tod. Lol. Was hat der Schönes gehabt? 6,57 Dollar. Hui. Alter, ich seh. Ach, hier ist noch einer. Mach mich nicht hungrig. Salat. 8,59. Hm. Weintrauben. 2,33. Weintrauben bei Wincent's Footland. Ja komm. Auf. Auf, auf und davon. Los. Ich war doch in der Mitte. Ich will verarschen. Oh, don't shoot. Natürlich. Bleib liegen. Er hat irgendwie einen russischen Akzent. Uh, Medikit. Nur ein bisschen. Well, was haben wir hier? Okay, hier ist ein... ...Festchen. Boah, perfekt! Ich hab Festchen! Oh, wir sind ein Gegner! Haha, brennett! Ennett! Ennett! Erstmal, Energydrink snacken und saufen, während man beschossen wird. Alter, ich renne hin und machst dich halt. Boah, die Pistole ist mal gut. Hm? Also, die ist auf jeden Fall besser als meine. Ja. Ich hab jetzt ne andere genommen. Wau. 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 Alter, hier sind sie alle. Wau, David Molotow. Und tschüss. Oh yeah! Hier war einer! Na komm her! Hier ist noch einer! Fuck! So, jetzt hab ich die Faxen Dicke! Ah, der ist nicht mal tot! Was ist das? Komm raus! Der hat ein fettes MG! Lass mich verarschen! LOL, zieht das rein, ey! Das MG? Bam! Okay, ich muss jetzt irgendwas behindertes wegwerfen! Ich auch! Spiteful Knife! Das braucht doch keiner, oder? Den da! Dann nehm ich doch lieber das MG hier mit! Auto-Rifle! Erstmal nachladen! Das ist ne AK, kein Auto-Rifle! Haben die alle ne AK? Warte mal, ich muss erst mal hier! Ah, was ist denn denn? Medium Speed Pistol... Schock Pistol... Alter, wo ist die hin? Also die Pistolen, die die alle haben, sind alle kacke! Ich hab keinen Platz mehr im Inventar! Ich schau einfach auf den Preis! Level 18... Level 16... Den Stock braucht doch keiner, oder? Scheiß auf den Stock! Nehm ich doch lieber Alkohol mit! Äh... Cool! Was ist denn? Die Waffe ist weg! Welche? Die fette hier! Das MG! Wo? Wo hast du denn hingelegt? Was für ein MG? Der hatte ein MG! Hier ist ein neues drin! Hier für dich! 2000 ist es wert! Ich hab grad das geöffnet! Die Box! Bin ich nicht freundlich? Jetzt sag bloß nicht! Das ist 2000 wert! Das nächste Geld krieg jetzt ich! Äh... Hier ist noch... Naja... Alles gut in hier? Ja, da ist mal ein bisschen Kohle drin! Sag jetzt bloß nicht, dass ich fies bin! Ich bin so ein böser Junge! Ja... Sogar besser als meins, glaub ich! Hier ist noch so ne Kiste! Da ist... So ein MG für 1600 drin! Wie viel ist meins wert? Da ist es ja 2000 wert! Du brauchst gar nicht herkommen! Warte... Äh... Was ist denn? Richtig Shotgun! Ach, geht der? Maze? Also wenn du noch in mir ach, geht der wirst, dann... Mein Autorrifle ist 1600... Äh... 1080 wert! Was da drin ist, ist 1600 wert! Dann nehm ich wohl das da mit! Ja... So... Und erstmal nachladen, wenn die schlecht! Jetzt kann ich wieder Muni gebrauchen! Ich hab nur 30 Schuss... Äh... 60... 61... Ich schau mich nur noch um nach... Noch mehr... Da kamen wir her, oder? Ja... Das geht's langsam ab... Alter! War Schluss, willst du Upgraden! Ja! So, ich hab... Ich bin voll... Ich mach es trotzdem! Die Leiche sind weg! Ja... Das ist aber die falsche Muni. Fuck! Wo bist denn du? Schau mal. Du hast ne Machete fallen lassen. Du hast ne geile Machete fallen lassen. Ja, die ist schlechter als meine. Erstmal alles reparieren. Dann hab ich immer noch 13.000. Wie viel Kohle hast denn du? Ich geh jetzt erstmal upgraden. Ich hatte jetzt 12.500, aber ich hab die AKs voll upgradet. Du hast nicht genug Geld. What? Die AK kann ich gar nicht mehr ganz upgraden. Das kostet 6.927. Bei mir kostet es 11.330. Okay. Die AK muss ich jetzt für ne Zeit lang behalten. Was hast du für eine? Ähm, ich hab jetzt eine... Warte, vergleichen wir mal Schaden. Schadenswerte. Wo hast du denn? Also 244 plus 86. Meine hat... wo hast du denn? Dangerous Autorifle. Ähm, Damage 213 plus 49. Ja, meine ist besser. Was hat deine Nummer gehabt? Was hat deine? 244 plus 86. Ja, okay. Dann Accuracy. Also genauigkeit. Ja, 85. Deine Raid of Fire 600. Hab ich auch. Reloaded Speed 36. Also nur mehr Schaden macht sie. Gut, ne? Warte, warte, warte. Wie viel Muni hab ich denn dafür? Machete? Andere Machete? Ich hab null Muni für die... Ne, halt, ich hab doch Muni. Ein Schuss hab ich gehabt. Für die Shotgun hab ich gar nichts mehr. Keine Muni. Dann mach mal so, weil ich für die Shotgun keine Muni mehr hab. Pistol, Amor. So. Gibt's hier da irgendwie... Amor? Für die... Ne, ich hab grad nachgeschaut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, hier. Das müssen wir wegschieben. Oder da reinschieben. So. Okay. Komm mit. Oh, wir sind fertig. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, irgendwie voll der Grafikfehler bei mir grad. Und bei dir? Äh, ja, mit dem Hintergrund meinst du? Ja. Ja. Gott sei Dank sieht man jetzt die Straße. Letzte. Das ist ein. Lade ihn. Wir haben dich aufgeführt. Alter. Das ist ein Schuss. Aber da kommen irgendwie viele. Du hast Beziehung. Hör auf. War's Männer oder? Zombies. Zombies. Riff Glamour Molo oder? Ja. Hab ich grad nicht ausgewählt. Scheiße. Ja. Chapter 7. Invitation only. Loading Seas. Wo wollen wir mal in die Infected Area? Big Daddy, where are you? What? Big Daddy? Bist du eigentlich? What? Ich lade ihn da. Okay, wenn du sagst, ich soll Molotow auswählen, dann mach ich das mal. Nö, nö. Was mir hier im. Anstelle des. Des Baseballschlägers. Nehm ich mal raus. Nehm ich natürlich die Molotows. So. Bist du hier grad an Liebe machen? Jo. Kopf ab, Junge. So. Alter. Mein Geld. Oh, da ist ein Dicker. Fertig geschubst. Ah. Vorsicht, links kommt der Explosionsviech. Links, 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 links. Geht das so? No, nicht. Alter. Ich hab schon. Alter. Alter, ich bin down. Alter. Geil. Aber jetzt kann mir nicht so viel Geld abgezogen werden, weil ich hab nur 3000. So. Du darfst nicht zutreten, wenn du vor dem Viech stehst. Den hat's auch schön zerlegt. Ja. Da kam noch ein Zombie von rechts, das hab ich vorhin gesehen. Warte, hier kommen wir auch noch rein. Wo? Hier links. Da ist aber nichts. Alter. Nein, ich mein. Hier. Achso. Was ist da schönes drin? Ein Fästchen. Na toll. Fästchen klein ging an klein. Alter, ich häng hier schon drüber. Du bist einfach so fett, Junge. Sam B ist zu dick. Ich find die Spiele-Effekte cool, wenn du hier dagegen weißt. Geh mal zu hier. Nein. Nein.